sind es ist nichts wir sind wieder da Herzlich Willkommen immer herein in die gute Stube Park 2 das stimmt sogar wollen wir gucken was er hier so geschafft hat Joa lässt sich schon laufen ich hab da ein ganz winziges Loch in dir also würde gar nicht auffallen man kann jetzt heidelberne in der Umgebung sammeln faszinieren ja so ich mach mal wieder in Richtung der Stadt ich mach Timo einen Ausflug und ich übe mich weiter hier in so durchdorfenden Angelegenheiten hihihi besonders wichtig wären eigentlich erst mal Kochutensilien ja und irgendwas nahrungstechnisches weil Wasser kann man ja kann man ja nochmal ja Wasser haben wir ich bin übrigens immer noch zutiefst tot begrübt dass man Rechdosen mit Wasser nicht stacken kann an die Entwurf aufgewacht 2016 es ist aber so wie es aussieht nur bei denen ja habe ich woanders vorher nicht gesehen alles andere scheint zu funktionieren aber und daher wird es wahrscheinlich so gewollt sein gehen wir einfach mal davon aus doch wird verstärkern gedanken werden die fülte Dosen ineinanderstapeln irgendwie auch Sí t so aber der Platz denk mal an den Platz und die armen Kinder. Ach und weißt du was wir dann auch noch brauchen? Und wieder das elende Leiden mit dem Forge und diesem episch seltenen Tool namens Caliber. Puh, man levelt aber als Bodenschütze. Levelt jetzt schneller. Okay. Das hat vorher ewig gebraucht. Bis es auf, bis es mal ein Level geschrieben ist. Und dann ab 4 war es irgendwie, ab Level 4 war es irgendwie ewig. Man kann jetzt scheinbar auch mehr wie 1000 Holz aufeinander stapeln ohne Mod. Das ist auch zumindest ein Schmentfeld. Das ist gut. Das ist gut. da war der Kopf weg du meinst, der ist jetzt recht kopflos das ist immer sehr schnell der ist schön instant geplatzt immer der schnell den Kopf verliert das Messer fand ich ja schon besser da haben sie ein bisschen an den Waffen und Tools gestraubt ich hab ihn ja schon den ganzen Tag ich hab ihn ja schon, weil ich das nicht ich hab ihn ja schon ich hab ihn ja schon hier 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 mein Projektkorb einschätzen müsste das ich sagen so die Hälfte hab's so ein blöder Hund hatte ich einen Wauwau geauau das ist ja abwortig im wahrsten Sinne des Wortes ja, hat er ich liebe diese Resident Evil Hunde die hier rumrennen ach, die sind am Anfang auch ne Rüstung echt nervtötend aber weißt du was ich mal machen könnte? könnte die mal für deine Exkursionen schnell ne Rüstung basteln wenn du da schon irgendwie was machen kannst ne Plant Fiber Zeug muss auf jeden Fall direkt mal ganz schnell zum Rucksack da ist schon einiges drin hier ich hab da noch Skillpunkte Ah, ja, das ist so Ich hab da noch Skillpunkte Ja, ich hab da noch Skillpunkte Ich hab da noch Skillpunkte Ich hab da noch Skillpunkte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.